Die Fed hat den Liquiditätshahn aufgedreht, jetzt droht die US-Notenbank damit den Liquiditätshahn zuzudrehen und bumms, sofort sehen wir einen Trendwechsel an den Märkten und sehen ganz klare Bärenmarkt-Symptome. Es ist ein neues Spiel, es hat sich etwas verändert, wir sehen, dass hier die Struktur des Marktes sich komplett gewandelt hat und das ist jetzt das Entscheidende. Wir sind natürlich massiv überverkauft derzeit, aber die Charts sind kaputt, die Trendwechsel sind passiert und es muss einen Trendwechsel bei der Fed geben, sonst wird diese ganze Geschichte sich nicht mehr ohne weiteres so heilen lassen. Das gilt besonders für die Tech-Werte im Nestle. Schauen wir uns die Geschichte mal an und das ist hier seit Jahresbeginn die Situation. Microsoft 12%, Google minus 10%, Amazon minus 14%, wie sie alle heißen. Wir sehen also die Tech-Fische sind jetzt auch unter Druck gekommen. Die großen, schweren Tech-Gewichte, die die Indizes ja nach oben gehalten haben, die sind jetzt plötzlich auch angeschossen. Die Generäle sind jetzt auch angeschossen. Vorher sind die Soldaten bereits gestorben, jetzt trifft es die Generäle. Der S&P mit der schlechtesten Woche seit dem Corona-Crash des März 2020, der Nasdaq alleine 7,6% gefallen. Die globalen Aktienmärkte 4,2 Billionen an Marktkapitalisierung verloren. Aber schauen wir uns vor allem mal das Bild an, etwa im Nasdaq. Hier sehen wir, dass das Verhältnis neuer Hochs zu neuer Tiefs bei den Aktien, gemeint sind damit immer 52 Wochen Hochs, 52 Wochen Tiefs, so schlecht ist wie seit der Finanzkrise nicht mehr, beziehungsweise so schlecht ist oder schlechter ist sogar als im Corona-Crash. Erstens, zweitens schlechter ist als zu der Zeit, als der Scherl und Paul das erste Mal gesagt hat, der Autopilot bei Bilanzreduzierung. Das war im Dezember 2018, dann gab es ja einen massiven Einbruch, die Aktienmärkte 20% oder der S&P 20% gefallen. Aber selbst jetzt ist das technische Bild schlechter. Es gibt also mehr Tiefs im Vergleich zu mehr Hochs. Nur auf dem Hochpunkt letztendlich der Finanzkrise, da war es noch schlechter. Also der Schaden ist so immens, der da angerichtet wurde. Nur kaschiert durch die immer noch bessere Performance, eben der Dickfische, die jetzt allerdings eben auch schon angeschossen sind, das sind klare Bärenmarkt-Symptome. Hier sehen wir nochmal die 52 Wochen Tiefs. Das ist also jetzt in einer Situation, die nur beim Corona-Crash noch schlechter war. Wie gesagt, der Unterschied zwischen den neuen Tiefs. Wir haben noch nicht mehr neue Tiefs als zu Zeiten des Corona-Crashs, aber wir haben offenkundig weniger Hochs. Deswegen das Verhältnis Neu-Hochs zu Neu-Tiefs so schlecht wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Wir haben jetzt vier Tage in Folge gesehen, dass der Nasdaq mindestens 1% gefallen ist. Das ist zuletzt im Dezember 2018 passiert, damals Jerome Powell mit Autopilot. Und dann im Oktober 2008, also Finanzkrise. Und jetzt ist eben die Frage, oder wie Morgan Stanley eben auch zeigt, die Indize ist nur so um und bei 10% unter dem Allzeithoch, aber der Schaden ist eben deutlich höher als all das, was in diesen Indizes sich an Zahlen bisher ausdrückt. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass das Volumen gigantisch ist. Wir haben am Freitag beim SPY, dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500, 202 Millionen Kontrakte gehabt. Das ist das Höchste mindestens seit einem Jahr. Ich habe mir mal jetzt am Wochenende das gesamte Jahr 2021 angeschaut. Nicht annähernd einen Umsatz von 200 Millionen Kontrakten. Das Höchste war 165, 166 irgendwann im September 2021. Wir sehen also, der Abverkauf unter hohem Volumen, gar keine Frage. Natürlich, der Verfallgäst am Freitag noch mit über 3 Billionen hat da eine Rolle gespielt. Und wir sehen, welches Volumen in den Optionen der Fall war mit 63 Millionen Kontrakten. Neues Allzeithoch, was das Volumen betrifft. Wir sehen auch etwa beim Triple Q, diesen ETF auf den Nasdaq. Hier sehen wir 50 Milliarden Handelsvolumen. Da ist also richtig, was passiert. Jetzt IWM, das ist das ETF auf den Nasdaq mit 16 Milliarden. Also da ist richtig, was passiert. Wir sehen also, und das gilt insgesamt, dass wir Erholungen zuletzt unter schwachen Volumen gesehen haben. Die Abverkäufe dann unter sehr hohem Volumen. Die Amerikaner sind nach wie vor, vor allem die Privatkunden, nach wie vor dick, dick, dick gehebelt in diesen Positionen. Die haben ihr Aktienportfolio beliehen, um neue Aktien zu kaufen. Der Margin Debt eben massiv in luftigsten Höhen, in Allzeithoch Höhen. Jetzt ist es im letzten Monat ein bisschen nach unten gegangen, aber es besteht nach wie vor viel Potenzial für Enthebelung. Und das macht die ganze Geschichte so gefährlich. Und wir sehen jetzt unten in dieser Grafik das Put-Call-Ratio, also das Verhältnis zwischen Puts und Calls ist jetzt so hoch wie seit dem Corona-Crash März 2020 nicht mehr. Es ist also jetzt das Bedürfnis nach Absicherungen da auf der einen Seite. Und oben sehen wir, dass das Smart Money offenkundig jetzt den Dip nicht gekauft hat. Das ist eigentlich jetzt seit der Finanzkrise mehr oder weniger so gewesen, dass die immer diese Dips gekauft haben. Jetzt nicht, wie Sentiment Trader hier zeigt. Die haben sogar ihre Short-Positionen noch weiter angehoben. Also da haben ein paar Player offenkundig erkannt oder glauben erkannt zu haben, dass sich die Spielregeln ein bisschen geändert haben. Das zeigt sich auch etwa durch den Abverkauf bei den Kryptos. Hier sehen wir mal die Relation zwischen Bitcoin oben und dem S&P 500. Da ist es immer für Bitcoin nach oben gegangen und dann ist es auch für den S&P nach oben gegangen. Oder genauer gesagt, die Aktienmärkte steigen, dann steigt auch Krypto. Wenn die Aktienmärkte stark unter Druck sind, dann fällt auch Krypto. Für mich ein klarer Beleg. Liquiditätsasset. Jetzt sagen die Bitcoin-Jünger, naja, ist doch ein Wertspeicher. Klar, das sind Aktien auch, solange sie steigen. Wenn Aktien fallen, sind sie ein Wertvernichter. Und wer jetzt der Bitcoin bei 65.000 oder 68.000 Dollar gekauft hat, der hat wenig Wertspeicher, sondern Wertvernichtung. Wir sehen unten den S&P 500, der ja erstmals seit 27.322 Jahren den 200-Tages-Durchschnitt durchbrochen hat. Jetzt sind wir wieder so um und bei vorbörslich an dieser Marke. Wir sehen auf Future-Basis ist es leicht nach oben gegangen. Kann sich das halten? Das wird die Frage sein. Hier nochmal der Vergleich zwischen Bitcoin und dem Russell 2000, diesen Nebenwerteindex aus den USA mit einer 93-prozentigen Korrelation. Bitcoin hat sich vorher relativ kongruent verhalten mit dem S&P 500, ist jetzt sehr kongruent mit dem Russell 2000. Das nur mal am Rande. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, warum ist dieses Chaos an den Märkten da? Die Märkte sagen der FED, tu es nicht, reduziere die Bilanzsumme nicht und vor allem hebe die Zinsen nicht an. Kopen-Sax erwartet vier Zinsanhebungen in diesem Jahr und ab Juli eine Bilanzreduzierung von 100 Milliarden Dollar pro Monat. Jetzt sind viele natürlich schon sehr, sehr ängstlich. Hier ein Analysehaus, das sagt, also wir glauben nicht, dass die FED jetzt gleich den Zinssatz um ein halbes Prozent anhebt. Da gibt es ja auch Spekulationen drüber und dass die FED nicht noch horkischer ist, als viele das schon befürchten. Das könnte bedeuten, dass die Aktienmärkte dann in der zweiten Hälfte der Woche vielleicht ganz gute Chancen hat. Die FED wird ankündigen, okay, wir werden im März eine Zinsanhebung machen, wird aber wahrscheinlich signalisieren, wir werden nur 25 Basispunkte und nicht 50 Basispunkte anheben, also nur ein Viertelprozent. Dann sind viele abgesichert, es gibt keinen Grund nochmal weiterzufallen, dann könnte da durchaus was nach oben gehen. Aber jetzt sagt der Morgan Stanley, Interessantes, also es geht jetzt gar nicht mehr nur noch um die Geschichte mit der FED, sondern es geht jetzt auch um die Sorge, dass die Gewinne der Unternehmen bald deutlich schlechter werden, dass die Wirtschaft der USA abkühlt. Das scheint das nächste große Thema zu sein und jetzt gibt es im Grunde zwei Fraktionen. Die eine sagt, ja, okay, wenn die Wirtschaft abkühlt und all das dann eintritt, was schlichtweg zu erwarten ist, dann wird die FED trotzdem die Inflation weiter bekämpfen müssen, denn die Inflation wird nicht nachhaltig runtergehen. Sie wird also weitermachen und das Chaos hier noch vergrößern. Die anderen sagen, nein, das wird sie nicht. Die wird jetzt erstmal dann einen Stopp machen, schaut doch mal auf die länger laufenden Anleiherenditen. Die kann gar nicht, also wird das so passieren. Das ist das, was in den Märkten derzeit noch eingepreist ist, vor allem am Anleihemarkt, ist die Auffassung, das Wachstum wird sich abkühlen, die Inflation wird dann runterkommen und dann kann die FED weniger aggressive vorgehen. Aber so sieht es zum Beispiel jetzt JP Morgan, no further hawkish developments from the FED. Wir sehen, dass ja die Zinskurve hier, die 5- bis unter 30-Jährigen, sich weiter verflacht. Das zeigt, dass die Anleihemärkte eben dieses Szenario so ein bisschen spielen, dass die Wirtschaft sich abspricht, dass die FED dann weniger, später infolgedessen weniger aggressiv vorgehen muss. Und Mike Misch-Shedlock ist im Camp derjenigen, die sagen, ja, die Inflation kommt runter, wenn die Märkte runterkommen. Also die Nachfrage für alle möglichen Dinge wird fallen und der bringt hier einen Punkt, der glaube ich sehr wichtig ist. Die Leute fühlen sich natürlich reich, wenn die Aktiendepots dick sind, wenn man da auf dicken Gewinnen sitzt, dann konsumiert man mehr, dann ist man auch bereit, andere Preise zu zahlen, kauft sich vielleicht nochmal eine zweite Immobilie zu völlig überhöhten Preisen, weil man sich sagt, ich habe es doch. All das bringt hier etwa Mike Misch-Shedlock auf den Punkt, während Jim Bianco sagt, also die FED wird praktisch jetzt auf die Bremse treten müssen zur Bekämpfung der Inflation. Egal was mit den Märkten passiert, es steht ja viel auf dem Spiel, die ganzen Renten, die 400k, 401k Rentenabsicherungen der Amerikaner, da gibt es ja nicht ein so ausgeglügeltes Rentensystem wie hier in Deutschland, stehen da natürlich auf dem Spiel, aber wir sehen, dass das Geld teurer wird. Hier die 30-jährigen Fixed Mortgage Rates steigen jetzt auf 3,70%. Da geht es also ungebrochen weiter und das bedeutet, Hauskauf wird, was den Kredit betrifft, alleine schon teurer. Aber das ist jetzt die Diskussion, wird die FED es unter allen Umständen so weitermachen oder wird sie einknicken? Das ist die große Frage. Wir sehen jedenfalls, dass der Pessimismus massiv ist. Hier Börsenbriefe so bärisch wie seit 2020 nicht mehr. Wir sehen, dass praktisch die Privatanleger in den USA ganz, ganz selten so bärisch waren wie jetzt. Gab es nur drei bis vier Gelegenheiten so in den letzten 15 Jahren. Also da ist durchaus die Stimmung miserabel. Aber ein kleiner Vorteil für die Polen, die Aktienrückkäufe beginnen jetzt langsam wieder. Das war auch ein Grund für die Schwäche, dass diese Buybacks nicht mehr stattgefunden haben, die ja 40% in der Vergangenheit eben die Rally mitgetragen haben zu 40%. Jetzt geht es ganz langsam los. Wir haben in dieser Woche ja eine Monsterwoche. Nicht nur die FED am Mittwoch, sondern morgen Microsoft. Am Mittwoch dann eine Tesla, am Donnerstag Apple. Da kommt einiges der Nasdaq hier natürlich im Fokus. Da hat der Nasdaq Composite die 14.000er Marke, die so wichtig war. Zunächst mal durchbrochen ziemlich deutlich. Wahrscheinlich oder vielleicht läuft er wieder an. Von unten kommen an diese Marke ran. Aber es bleibt schlichtweg schwierig. Hier sehen wir mal das negative Gamma bei den Market Makern. Wir hatten ja am Freitag diesen Verfall, der so massiv war. Jetzt sind die Market Maker abgesichert. Die haben zum Beispiel Leerverkäufe, die haben den Future geshortet im S&P 500, weil sie jetzt auf der Unterseite sich absichern müssen. Das bedeutet, das wird wohl dann, wenn jetzt die FED keine super hawkische Überraschung nochmal bringt, möglicherweise überflüssig werden. Sodass hier nochmal vielleicht die These in den Raum zu stellen ist, dass dann in der zweiten Wochenhälfte die Situation, so sieht es auch Goldman Sachs in etwa, in der zweiten Wochenhälfte die Situation für die Bullen etwas besser werden kann. Kommen wir noch zum Geschehen. Wir haben jetzt hier eine weitere Verschärfung des Konfliktes. USA, NATO, Ukraine, Russland. Biden überlegt jetzt, tausende von Truppen, amerikanischen Truppen, nach Osteuropa und in die baltischen Staaten zu schicken. Man hat jetzt die US-Botschaft in Kiew insofern evakuiert, als die Familien der Botschaftsangehörigen ausgereist sind. Also man rechnet offenkundig mit dem Schlimmsten. Wenn wir jetzt nochmal kommen zu China, hier sehen wir, dass die Stadt Xi'an, diese 13-Millionen-Stadt, jetzt, dass der Lockdown endet, hat über einen Monat gedauert. Eine weitere Zinssenkung durch die Chinesen jetzt der 14-tägige Zinssatz. Also die Chinesen gehen jetzt aufs Bremspedal, während die Fed auf dem Bremspedal steht. Wir sehen der Yuan sehr, sehr stark. Wir sehen, dass die chinesische Regierung offenkundig plant, massive Erleichterungen für den Immobiliensektor zu tätigen. Da ist man also schlichtweg in Panik. Man geht jetzt voll aufs Gaspedal, weil man weiß, dass die ganze Geschichte sonst abrutscht. Hier führende Berater haben gesagt, es wird nicht reichen, die Zinsen zu senken. Wir müssen jetzt richtig nochmal Stimmung los. Sonst kriegen wir diesen massiven Abwärtstrend nicht in den Griff. Gleichzeitig sehen wir wieder 39 chinesische Flugzeuge im taiwanesischen Luftraum. Und das kurz vor den Olympischen Winterspielen. 4. Februar beginnen die. Jetzt beginnt auch die Reisezeit in China. Neujahrsfeierlichkeiten. Da bin ich mal gespannt, was für Auswirkungen das auf die Corona-Situation hat. Hier gibt es ja jetzt in Europa eine neue Variante BA2, die vor allem in Großbritannien und in skandinavischen Ländern festgestellt wurde. Das könnte also praktisch Omikron jetzt wieder verdrängen. Noch wissen wir wenig über diese Variante. Aber wir wissen, dass etwa in Deutschland das Kundenaufkommen im Einzelhandel etwa 20% geringer ist. Das scheint sich jetzt ein bisschen stabilisiert zu haben in letzter Zeit. Und wenn wir von Deutschland sprechen, dann müssen wir auch von Energie sprechen. Jetzt sagt das Wosted Journal also diese ganze Geschichte mit Russland. Das ist erschwert dadurch, dass Deutschland ebenso abhängig vom russischen Gas ist. 55% importieren wir ja aus Russland, was das Gas betrifft. Und Ren, das finnische EZB-Mitglied, sagt, ja also durch den Atomausstieg der Deutschen kann es sein, dass die Inflation eben dauerhaft hoch ist, weil eben die Energiepreise dann vor allem für die Deutschen sehr hoch bleiben werden. Das könnte bedeuten, dass unsere Geldpolitik sich nach der deutschen Energiepolitik richten muss. Das zeigt, wie jetzt hier die Dinge durchaus in einem globalen, in einem geostrategischen Kontext erscheinen. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und ich möchte Ihnen abschließend zwei Artikel ans Herz legen. Der erste, Trump, plötzlich beliebtester Politiker der USA. Ja, Biden hat schwer, schwer zu kämpfen, auch weil die Stimuli auslaufen. Das ist ein Riesenproblem. Die Amerikaner, die merken jetzt, die Inflation frisst alles auf. Ich habe Kaufkraftverluste. Deswegen die Popularitätswerte von Biden in dem Keller. Und man erhofft sich jetzt wieder von Trump eine gewisse Rettung. Hier den Artikel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Ebenso wie den Artikel Gold, Silber und andere gibt es gute Nachrichten. Schauen Sie sich da mal an. Diejenigen, die Freunde des Goldes und des Silbers sind, könnten hier durchaus optimistische Aussagen finden. Auch das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Und wünsche jetzt erstmal das Allerbeste. Einen guten Start in eine sicherlich sehr spannende Woche. Servus und Ciao. Ciao.